so hier haben wir noch ein nettes gadget von mac army und zwar einen kompass zum anhängen sehr hochwertig gemacht einmal aus messing ich habe hier einmal ausgepackt den titan habe ich nicht ausgepackt gut der ist halt aus titan ist ein bisschen leichter ist aber silbrig das sieht man ja hier durch die verpackung aber ich wollte hier alles auspacken als anhänger für einen schlüsselbund oder sonst wo hat man halt so ein nettes gadget wie gesagt b für brass messing und t für titan cmp b und cmb t also nette gadgets ach so was man vielleicht noch dazu sagen muss ein luminous display also wenn das einmal aufgeladen ist durch tageslicht leuchtet das auch noch mal eine weile nach das sollte man vielleicht noch erwähnen